hallo und herzlich willkommen bei ultimate chicken horse und dem 24 stunden stream in diesem fall dann ja auf youtube auf der aufnahme also ihr wisst schon so wollen wir mal gucken wie es geht also hier haben wir schon mal den abgekürzt wird nicht so einfach keine punkte ja noches aber scheiße ich bin dran und jetzt hat jonas die munter ja ja ha 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 ja 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 warum warum wird denn das nicht ausgelöst hier ach das ist per schalter auch noch als einziger warum schenken die nicht gleich die punkte ich weiß es nicht aber ich krieg immerhin punkte für die fallen bei ja 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 wo bin ich denn ich bin das ich guck die ganze zeit auf dieses doofe schaf alter ja also ja warte mal überlegen ja tschuldigung ich habe thomas geboxt warum springt der automatisch nach vorne ich jetzt trotzdem punkte für die fallen müsste ich ja Alter! Thomas! Du kannst mich doch nicht einfach wegboxen. Aber interessant, dass dadurch, dass das Eis drauf ist, dass das Ding sich nicht öffnet mit den Dornen. Ich weiß nicht, was das ist. Die Bombe wenigstens große. Alter, Nico! Was geht mit dir? Was ist da los? Oh ja, das will ich. Oh, das wollte ich. Kann ich die Pyramide weg springen? Ach so, das ist ja langweilig. Du bist doch nicht mit. Scheiße! Was? Los, komm! Nein, nein! Ich hab am Honig festgeklebt. Es gibt's nicht. Wieso ist Jonas denn... Das ist denn... So einer! Das ist bestimmt nicht gut! Oh Mann! Langeweiler! Wieso Langeweiler? Mir hat gerade einer mein schwarzes Loch geklaut. Okay, jetzt wird's schon wieder unmöglich. Oh... So... So... Äh... Ich stecke vielleicht ein bisschen fest hier, aber ansonsten... ... ... ... ... jonas kommt mann nico damit ist es einfach jetzt ist ganz offiziell unmöglich mach den pferdetanz obwohl aber ich glaube es geht es ist möglich du musst nur im richtigen zeitpunkt gegen springen alles die zeit warte ja ja kann ich nicht hier einfach ja das glaube ich nicht möglich oder ich glaube nicht ich hätte gedacht man kommt noch gerade so durch aber nein so jetzt kommst rein ja ja da ich war fast dran vorbei nein fast ich komm hier nicht ne was wie das nein nein steh auf nein komm schon nein du hast ja unten durch was denn hier warte mal ach so wasserfall ist cool ja oh gott wasserfall ist doch wieder das ist total easy wenn wir da richtig gut zusammen spielen dann wird das nichts ist also thomas muss dahin schon mal relativ am anfang ja andersrum ja nicht so ja irgendwo dann fliegt man vielleicht ja warum warum springt ihr denn da durch was oh nein ich meine gratuliere jonas heulenhaft so schnell krieg mir ein für den alles klar kann sauer übertreiben dann ja 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 ah ja 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 Äh, ach du Scheiße. Äh. Äh. Äh, aah. Äh. Mach's das gut, ey. Du kannst Sachen, du kannst Sachen auch drehen, ne? Äh. Da bin ich mir selbst auf den Leim gegangen, glaube. Läuft's. Rückwärts, sehr langsam. Ja. Für was ist denn der Dingentilator? Na, der pustet dich nach oben. Oh, okay. Wieso häng ich? Super. Wo hängst du? Ich kann mich nicht bewegen. Das Spiel hat doch noch gar nicht begonnen. Hä? Das Spiel hat doch noch gar nicht angefangen. Ja, ich kann nichts abstellen. Achso. Äh. 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 Habe ich, glaube ich, ein Problem. Warte mal, der hat zu uns. Das Problem ist vor allen Dingen, dass die Papierflieger gar nicht mehr durchfliegen. Ja. Das ist natürlich doof. Muss ich überlegen. Jetzt nach links hilfst du dann das Ding hoch und wenn dich dann daran halten, drunter hängelst. Genau. Ah. Ein Satz plus. Also, die Pflanzen braucht Zeit, um sich auszulösen. Okay. Das ist jetzt hier, aus welchem Moment geht der Stein plötzlich kaputt. Äh. 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 Ich war doch schon oben. Ein bisschen, aus welchem Moment geht denn der Steinplatz kaputt. Der ist halt nicht so stabil. Äh. Was ist denn die Uhr? Weiß ich nicht. Guck mal. Dann kommt man da glaube ich nicht mehr durch. Immer mehr. Doch. Äh. nein 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 ja geiler ventilator das ding stellt sich nicht wieder auf oder nein wieso kommt man doch es ist nur eine frage des timings jetzt ja 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 was wie das denn das war ja aber mein erster wuster jonas rastet völlig aus ja jetzt kommt man da nicht mehr rüber doch klar man kann man auch an die dinge äh was wie bitte was wie das nein alter wieso nicht wegen meinem papier geleitet ja eben was hat sich gerade mein papier geleitet ja kann sein oh komm schon komm schon jonas schiller in aller ruhe macht ihr mal euren scheiß für euch auch voller bonus Okay... Mm-mm... Oh, junger... Äh, hey! Es... Hey, ha 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 ha! Ah! Ah! Alles easy! Äh, Emanuel, wir schaffen das glaube ich nicht mehr. Tja, Bill, zeig mir hier. Ja, für einen Schock, ja. Er springt einfach nach unten. Ja, Martin spielt auch jeden Scheiß, ne? Tief-Simulator. Alles was Gronkh spielt. Ja, aber ich glaube ich habe trotzdem gewonnen, ne? Ich bin das ultimative Huhn. Und mit dieser sensationellen Nachricht verabschieden wir uns von der ersten Runde Ultimate Chicken Horse. Chimeo, reingehauen, wieder schauen. Bis bald!